Haha! Nicht zufrieden sein, dass da nur ne Röhre hängt? Einfach mal weiter gehen! Und was wartet da auf uns? Ein Schätzchen! Ein Mond für dich! Mysteriöse... Mysteriöse Kopfstandmalerei! Sehr schön! Finde ich gut! Ah, und dann auch diese Sprünge! Okay! Musst du... Musst du mich kurz mal räuspern? Was haben wir dann hier? Ah, gut! Es ist wieder vorbei! Ah! Genau, du verfolgest uns ja! Bleib hier! Ich will hier rein! Mein Hass! Mein Hass! Komm doch her! So, machen wir dich mal aus! Machen wir dich mal aus! Was? Brauchen wir dich hier zufällig für irgendwas? Nö! Also hege ich doch den Wunsch, dich kaputt zu machen! So... Na komm! Kapusch! Oh, das... Das gefällt mir! Das gefällt mir! Das freut mich! Sehr schön! Hast du gut gemacht! Ha! Egal! Hauptsache irgendeiner! Ah! Das ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee! Ich glaube, das kann ich jetzt schon knicken! Spring noch gezielter in den Kugel, Willi, rein! Ah, ich find's toll wie... Ah, wie... 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 Wie er aussieht! Wie Mario aussieht! So, schneller! Ah! 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 Hoch da! Hui! Jetzt können wir hier mal ein bisschen... Nein, das wollte ich so nicht! Nein! Ich wollte doch mal die Drehattacke üben! Das... Ach, der trifft nur einen! Ah! Okay! Bekommt man mehr, wenn man viel auf einmal trifft? Das kann natürlich sein! Ach, ja! Oh, das war knapp! Hui! 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 So, Bosa! Jetzt sprechen wir uns mal! Hey, Bosa, was ist denn falsch bei dir? Herz... Ah, brauchen wir das Herz? Ja, das brauchen wir! Das ist sehr wichtig für uns! Das ist eine große Arena! Ich nutze einfach mal Arena! Von her zu mir! Finde ich gut! Sehen wir uns hier nochmal ein bisschen um! Gucken wir uns mal die Aussicht an! Ich bin ja immer so ein... so ein Aussichtsfanatiker! Alter! Ha! Das ist eindeutig... ein Porträt von Bosa! Gibt's hier noch was? Nee! Das ist nur eine große... Ah, guck mal! Neugierde wird belohnt! Und ich bin neugierig! Wenn ich was bin, dann neugierig! Was gibt's hier? Hier fehlt irgendwie eine Statue, ne? Das ist merkwürdig! Wenn wir irgendwann mal eine Statue finden, dann sollten wir sie hier hinstellen! Behalten wir im Hinterkopf! Wahrscheinlich vergesse ich's gleich wieder! Das... Können wir... Nee! Das wär ja auch... Das wär ja auch, ne? Das wär ein dolle Ding! Okay! Jedenfalls! Bosa! Was geht ab? Ah, da ist die Hasenfamilie wieder! Warte! Ihr sucht den Ring der Einheim, den hat sich der Chef schon gekrallt! Ihr Amtsnüffler seid aber nicht zu seiner Hochzeit eingeladen! Ich hätte das ein bisschen höher betonen sollen! Und mal gucken sollen, wer das spricht! Tanz mit mir, Häschen! Tanz mit mir! Was machst du denn? Ah, okay! Die Bomben müssen wir auf dich zurückschleudern! Ich verstehe das Prinzip! Ah, okay! Ah, okay! Ich dachte, wir müssen einfach nur die Bomben auf dich zurückschleudern! Ah, okay! Man muss noch mehr machen! Ja, mach du mal! Mach du mal deinen Kram! Sollen wir das Angst machen? Es ist so glücklich, dass es nicht Ostern ist! Sonst gäb's schon längst Hasenbraten! Na komm! Komm doch! Trau dich! Können wir also auch zurückwerfen? Nee! Trau dich! Na los, komm! Nein, los! Brrrrrr! Bam! Damit hast du nicht gerechnet, ne? Sieht aus wie eine fliegende Untertasse! Und sie lacht auch wie eine Außerirdische! Ob ich das mal so sagen darf! Meine Güte, bist du ein verrücktes Häschen! Bist ein richtig verrücktes Häschen! Wie kommt Bosa zu euch? Wie kommt Bosa dazu, sich jetzt mit Häschen einzulassen? Ja, ich sag absichtlich Häschen! Eine Katze ist das ja eindeutig nicht! Ich will dich damit... Ich will dich damit provozieren! Das war nicht nett! Da hast du noch deinen Ehrentreffer bekommen! Na los! Das ist die so schnell explodiert! Na komm, wirf dein Kram! Wirf dein Kram! Na komm! Na, darauf warte ich doch! So, und damit bist du nicht außer Gefecht gesetzt. Na komm, jetzt warte doch mal. Danke, danke fürs Warten. Sehr nett. Oh mein Gott, ich wurde getroffen. Fall noch ein bisschen dramatischer um. Was haben wir denn hier Schönes? Oh yeah, so cool. Yeah, ein Multimon für dich, Kopfstand Pyramide Showdown. Sehr schön. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Alles klar. Die Pyramide macht einen Abgang. Was passiert jetzt? Das Loch in der Wüste. Oh Gott. Ich kann nicht aufhören. Das Spiel präsentiert mir immer neue Sachen, die verhindern, dass ich aufhöre. Diese miese Bruder hat es uns echt nicht leicht gemacht. Aber wir greifen uns weiter in unsere Monde. Oh, die Kopfstand Pyramide schwebt und es ist erheblich kälter geworden. War hier Bosa am Werk? Der Kerl bringt immer nur alles durcheinander. Das kenne ich. Ich bin auch immer ziemlich versettelt. Ich bin auch immer ziemlich durcheinander. Alles klar. Wo könnten wir nochmal sehen, wie viele Shine Sprite... Shine Sprite, genau. Mondliste. Auch hier kriegen wir wahrscheinlich wieder 25. Ist das richtig? Alter, was? 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 Bitte, wie viele? Alter, 69. Ernsthaft? Alter. Was? Was? Okay. Es gibt ja auch andere Gegner. Oh Gott. Ich bin so nubig. Ich bin so nubig. Lass dich doch nicht von allem treffen. Aber die Musik. Oh, schön. Ich liebe sie. Die kann man anscheinend gar nicht besiegen, oder? Nee. Scheinbar nicht. Die ist auch nicht so wichtig. Hm. Ich will auf jeden Fall... Erstmal will ich auf den Regenschirm springen. Na. Mit guten Manieren gehen wir voran. Wir müssen uns natürlich erst auf den Tisch stellen. So. Dann müssen wir auf den Regenschirm. Ich erinnere mich auch wieder so an Sunshine. Meine Güte. Was ist hier los? Ich erinnere mich so viel an Sunshine. Oh Gott. Können wir da... Können wir? Hui. Alter. Du bewegst dich sehr schnell. Können wir... Ah, schneller. Okay. Dich haben wir schon. Äh. Genau. Wir konnten doch hier noch. Das ist sehr gut. Hm. Dann können wir gleich die Münzen da holen. Nein. Achso. Ich brauchte ihn mir noch nicht. Fahr schneller. Los. Schneller. Ich bin so doof. Ich bin so doof. Da war ja was. So. Diesmal weißt du bitte aus. Vielen Dank. Spring nicht vorbei, bitte. Danke. So. Und jetzt. Danke. 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 Dann laufen wir auch nicht Gefahr, die irgendwann wieder zu vergessen. So. Jetzt können wir hier wieder rüber. So. Sehr schön. Ist das irgendwie mehr als vorher? Ich... Naja. Ich sag besser gar nichts. Hui. Ich bin so doof. Nein, 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 nein. Verdammt. Ich dachte, ich könnte mich da noch... Wow. Ja, danke. Vielen Dank. Oh nein, wir haben zehn Münzen verloren. Ob wir hier jemals gegen Oma gehen? Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wenn wir vielleicht mal die Fahne mitnehmen sollen. Ach. Ach. Schnell, wir müssen uns schützen. Ah. Naja. So. Was gibt's denn... Was gibt's denn zu reden? Wie geht's dir? Ich bin das Miauxi, von dem du sicherlich schon gehört hast. Aber natürlich... Du bist ein... Du bist ein Mautzi. Nur versteinert. Wenn du möchtest, stehe ich dir für 30 Münzen zur Verfügung. Na klar. Steh mir zur Verfügung. Was auch immer du machst. Bist du ein Urlauber? Dann ist die Kopfsteinpyramide ein absolutes Muss. Die Steuerung ist kinderleicht. Drücke Z... Drücke B zum Bremsen und ZL zum Absteigen. Ich sprinte los, sobald du aufge... Aufge... Aufgegessen bist. Genau. Nein, iss mich nicht. Aber halt dich trotzdem... Alter, aber äh... Aber halt dich ordentlich fest. Ich bin schnell wie der Wind. Der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Oh, geil. Ja. Das ist wie Crash hier. Ich fühle mich wie... Wie, 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 wie bei einem Reiter-Level. Hui. Äh. Na, komm. Nein. Okay, wo will ich jetzt hin? Ich finde es zwar schön, dass du bei mir bist, aber... Gehen wir zur Pyramide. Wir gehen einfach mal zur Pyramide. Machen wir das einfach mal. Alter. Ah. Ach, da können wir reinfallen. Sag nicht, da können wir reinfallen. Und sterben. Oh Gott. Wo sind wir hier? Kommen wir hier wieder raus? Ich muss es ausprobieren. Die Neugierde packt mich. Wahrscheinlich kommen wir hier wieder raus. Und werden zum Anfang gespawnt. Nee, werden wir nicht. Okay. Ja. Na, na, wieder rein. Wir haben einiges vor. Alter. Scheinbar in so einer Art Eis-Untergrundhöhle. Nein, man rutscht hier. Ah, 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 ah. Oh Gott, Rutschpassagen. Nein. Es verfolgt mich. Crash hat mich bis Mario verfolgt. Rutschpassagen. Oh Gott. Oh Gott. Gehen wir mal weiter hier hin. Ah. Rutschpassagen. Kommt zu mir. Kommt zu Papa. Das ist aber anscheinend immer noch ein Level. Oder eine Welt, wie auch immer. Man das nun nennen möchte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde hier runterfallen. Ich werde mindestens einmal durch das Rutschen runterfallen. Das sehe ich jetzt schon. Okay. Rechts oder links? Wir sind ein Gumba. Wir sind ein Gumba. Wir sind ein Gumba mit Bar. Fantastisch. Wir rutschen kein... Ah, okay. Ich sehe schon. Aber ich möchte, ehrlich gesagt... Oh nein. Ach, verdammt. Ich bin so schlau. Ich bin ja so schlau. Na egal. Hä? Was hat uns das jetzt genau gebracht? Irgendwas ist kaputt gegangen. Ich habe es gehört. Ich glaube, wir haben jetzt so eine unendliche Kettenreaktion gestartet. Kann das sein? Ja. Wahrscheinlich. So. Ich hege den Wunsch, da oben hochzugehen. Ich weiß nur nicht, wie ich da hochkomme. Da oben ist was. Ich sehe es doch genau. Aber da oben würde ich auch nicht mit dem Wunschbruch hochkommen. Also lassen wir das erstmal. Sind wir... Jetzt weiß ich, wie wir da oben hochkommen. Das Gute ist, wir rutschen jetzt auch nicht mehr. So, stellen wir uns mal hier hin. Und wenn wir jetzt... Oh Gott. Gibt es hier umsonst nichts? Ernsthaft? Lass dich doch noch lamer treffen. Oh Gott. Warum brauche ich dich? Was bringt mir das? Hm. Oh Gott. Alter, ich dachte schon. Aber die Gumbas sind hier echt nützlich. Da muss man erstmal drauf kommen, dass die Gumbas nicht rutschen. Also unempfindlich gegen so eine Rutschbahn sind. Gumbas sind meine Freunde. Finde ich gut. Besonders die Gumbas mit Bart. Die machen dich sehr sympathisch. Oh Gott. Alter. Könnte ich rutschen, wäre ich jetzt runtergefallen. Ich hatte nämlich gerade immer so ein bisschen Panik. Ähm. Dass die Laser uns erwischen. Warum kann man hier hinten hin? Habe ich da eben irgendwas gesehen? Tut mir leid, ich muss das nochmal zurück. Da war doch eben irgendein Schatten. Hier. Nein. Bleib drin. Ihr habt den Schatten auch gesehen, oder? Schwebt da oben irgendwas? Guck mal, da oben schwebt was. Okay. So. Weg mit dir. So, was gibt es denn hier? Wie komme ich da ran? Guck mal, da oben ist doch was. Ich bin so schlau. Und da gibt man eine Chance, da hin, ihn zu bekommen. Na toll. Das muss man aber auch erst mal wissen. Okay. Oder nee, waren wir da schon? Nee, wir waren da hinten. Aber da waren wir noch nicht. Kommt man da von unten rauf? Man sieht das so schlecht. Naja. Lassen wir den Mario mal nicht so lange zittern. Oder kommen wir da mit dir hin? Komm hierher. Ah, wir müssen erst deine, 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 deine Dings abmachen. Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie wir die bekommen. Sehr schön. Du bist mein. Oder auch nicht. Verdammt. Nein. Lass mich leben. Nein. Verdammt. Ich wollte springen. Lass mich doch leben. Was hast du denn gegen mich? Ich will die, ich will die, ich will die, ich will mal Schein sagen. Oh Gott. Ohne Gumba ist ja echt schwer. Oh, ich liebe das. Ich liebe es so zu rutschen. Da habe ich auch Angst vor Mario. Alter. Verdammt. So, wie komme ich da oben ran? Mit den Gumbas? Die Gumbas sind tot. Ich versuche jetzt noch einmal mit dir, mein Glück. So. Aber ich glaube, wir schaffen das. Nee, es ist zu hoch. Vielleicht. Nee, es ist zu hoch. Okay. Dann, wo waren wir jetzt hin? Äh, ich glaube, ich mache, ich laufe schon wieder den falschen Weg. Ja, ja. Panne wie eh und je. Da müssen wir, nein. Nein. Komm, gib mir ein Gumba mit auf den Weg. Danke. Das mit dem Rutschen ist echt schlimm bei mir. Din, 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 din. Kommst zu mir. So. Rüber da. Din, din. Und zack. So. Okay. Jetzt will ich da rüber. Zu diesem gruselig aussehenden Tempel. Okay. Machen wir mal ein bisschen Vollgas hier. So. Nächster bitte. Komm her. So, hier gab es nichts mehr, ne? Nee. Hoffe ich doch. Gucken wir mal ein bisschen Tempel vor. Nein. Nicht zu viel Tempel. Ja, das Feuer muss ich jetzt alles löschen. Ist wichtig. Da müssen wir es aber share nicht dürfen. Kleine Frösche nicht. Oh Gott. Okay. Kann es sein, dass wir hier nichts geholt haben? Es ist beruhigend. Sehr beruhigend. Tiefster Untergrund. Also viel Feuer zum Ausmachen. Ist doch nicht gesund. hui. 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 Danke, danke. Habe ich gern gemacht. Was zur Hölle? Was ist das? Werden wir es noch erfahren? Alter, was ist denn das hier? Das ist mehr als nur der tiefste Untergrund. Das hieß der Vorhof zur Hölle. Ah, okay. Ich war unschlüssig. Ganz kurz. Du siehst so. Jetzt würde ich bereuen, ne? Warte, ich möchte. Nein. Lass mich leben. So. Ja, das sah so unschlüssig aus, dass man die, äh, Säulen irgendwie kaputt machen kann. Jedenfalls. Das sieht wieder nach einem Kampf aus. Was geht hier ab? Okay, ein, äh, äh, Superkugel-Velice, oder wie? Nee, äh, ach, dass du bist, ah! Wo ist der Ring hin? Ja, ich hab ihn nicht. Oh mein Gott. Es will mich fressen. Autsch. Ah, okay. Wir müssen ihn also... Warte. Ich will doch da hoch. Ah, alles klar. Jetzt. Wir müssen ihn mitten ins Gesicht treffen. Nimm dies. Nimm jenes. Alles klar. Na komm. Was hast du vor? Ah. Das war klar. Alter, der zieht ja richtig viel ab. Ach, komm. Das ist bloß nicht Game Over gehen. Hier, hier, hier. Komm, hier. Du sollst... Gut, ach so. Alles klar. Jetzt bist du dran. Nein. Verdammt. Ich muss ausweichen. Und. In your face. Ja. Perfekt. Einmal noch. So, und jetzt weichen wir bitte diesen doofen Händen aus. Die überhaupt... Den überhaupt nicht... Schwer auszu... Die überhaupt nicht schwe... Nein, 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 nein. Du wirst uns nicht. Oh Gott. Ah, verdammt. Nein, bloß nicht runterfallen. Oh Gott. Nein. Bleib am Leben. Ich sollte vielleicht mal zum Herzen hingehen. Oh Gott. Nein. Jetzt bist du dran. Nein, 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 nein. Nein, komm, 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 komm. In your face. Ja. Boah, gerade so noch geschafft. Ich hoffe, das war's jetzt auch. Wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben's geschafft. Hui. Der war schon etwas schwerer, der Boss. Er hat uns... ...fass klein gekriegt. Nee, war total easy. So, für den... ...für den ganz unwahrscheinlichen Fall, ...dass es jetzt noch weitergeht. Die bin ich über die Herzen mit. Sehr schön. ...di, di, 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 di. Ich liebe die Musik. Ich mag sie. Ich mag sie. Ich mag sie. Sehr schön. Ach, ja. Ja! Hui! Puh, so heiß. Aber das war ja der Sinn der Sache, was? Bleiben wir dran und knöpfen uns Bosa vor. Haben wir genug Power-Mohne, um ins nächste Land zu reisen? Das kannst du überprüfen. Wirf mich auf den Globus. Ich will es doch mal stark hoffen. Wie viele benötigten wir? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Aber scheinbar sind es genug. Hoffe ich. Wie viel haben wir denn jetzt überhaupt? Scheinbar sind es genug. 30. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Sehr schön. So, wir können jetzt zwischen zwei verschiedenen Zielen aussuchen. Oh, die Qual der Wahl. Was meinst du? In welches Land hat sich Bosa wohl verkrümelt? Das ist egal. Oh, Gott. Ich würde aber sagen, wir gehen von oben nach unten. Neu. Natürlich sind die beide neu. Die sind sogar brandneu. Heute ist der 27.10. Das ganze Spiel ist neu. Aber ich würde sagen, wir gehen zuerst in die Wasserwelt. Wagen wir uns gleich mal da dran im nächsten Part. Ja, und ich würde sagen, mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir sehen uns in der nächsten Folge in Seeland. Tschüss.